205. Folge von Simotrans. Ja, wir sind unterwegs mit dieser Fabrik und versuchen hier jetzt das Verpackungsmittelwerk irgendwo hinzukriegen. Dafür müssen wir wieder unseren Editorin dementsprechend aufmachen. Gehen wir mal den Weg. Da war das und dann war das da. Und dann brauchen wir eine Industrie, die da ist. So, Verpackungsmittel. Ziemlich weit unten dann wohl. Da, Verpackungsmittelhersteller. Wir brauchen das wieder hier. Wir brauchen eine Zufallszahl, die ich gerade noch generieren muss. 512 ist die 4. Okay, das könnte im Wasser landen, oder? Und die zweite ist 472. Jetzt weiß ich das gar nicht mehr von der letzten Folge her. Welche Zahl war die erste? Genau, ne? Wir haben 476 und 4 haben wir hier. Alles klar. 4 ist da vorne. Vielleicht haben wir Glück und das landet hier irgendwo. 1042. Ne, weiß ich nicht. Da müssen wir, glaube ich, in die Karte direkt rein. Um dann zu gucken, dass wir hier wo sind. 4. Ah, das ist zu weit. Ja, zu weit oben, ne? 479. Ah, warte mal. Hier oben könnte es ja vielleicht auch noch gehen. 825, ne? Ne, leider ist hier keine Insel. Das bedeutet, wir würfeln neu. Hier wäre es irgendwo gewesen, ne? Hier da in dem Wasser da. Gut, wir würfeln komplett neu. Das bedeutet... Die 217 und dann die 239. Okay. 200... Das muss ja irgendwo zentral in der Karte sein, oder? Ja, irgendwo hier wird es sein. Da kommen wir dann hin. 217 ist mehr hier. Und 239 ist mehr da. Okay. 239 hier. 217 in die Richtung. Wahrscheinlich hier irgendwo, ne? 216, 17, 239. Die Verpackungsmittelfabrik passt. Gesetzt. Kurz einmal reingeguckt. Die hat... Den Abnehmer... Dort. Das passt. Und jetzt müssen wir noch Lieferanten haben. Stahlwerke sind erledigt. Farben gibt es vom Chemiewerk. Das ist auch erledigt. Stahlwerk ist klar. Und Raffinerie bringt... Kunststoffgranulat wahrscheinlich. Das heißt, uns fehlt noch das Papier. Und Papierlieferanten haben wir nicht. Das bedeutet, wir brauchen ein Papierwerk. Papierfabrik. Da ist er. Ausgewählt ist richtig. Das können wir dann schließen. Und das bedeutet, wir würfeln wieder. 512 ist 238. Und 476 ist 330. Das bedeutet, auf der Karte... Wir sind bei... Wir sind bei... 238 irgendwo hier. Und... Das müsste dann ja... Vielleicht hier so irgendwo sein, oder? Samada... 219... 20... Nicht die Papierfabrik. Oh, das wird kompliziert, ob wir das schaffen. 238... Ist hier. Und 330 ist da. 238... 330... Ey, krass, oder? Hat gerade so hingeklappt. Papierfabrik. Passt. So, das bedeutet da reinschauen, was die Papierfabrik ist. Die braucht den Wald... Fürs Holz. Und das gibt's schon da. Passt. Und die Verpackungshersteller... Den haben wir ja da gemacht. Das heißt, unsere Kette müsste eigentlich jetzt stehen. Wunderbar, oder? Sind wir doch soweit. So, dann... Haben wir die Bauphase erledigt. Das bedeutet, wir können das hier schließen. Und das auch. Und wir können hier wieder auf unseren Spieler gehen. Und können dann weiterbauen. Gut, dann würde ich sagen... Fangen wir wo an? Gute Frage, ne? Eigentlich beim Wald, oder? Wo war der Wald? War der da? Der war da. Da, oder? Da ist der Wald. So, der Wald braucht jetzt Anbindung an einen Bahnhof. So, der hat jetzt Papierfabrik und das Sägewerk. Beides befindet sich da oben. Das Sägewerk befindet sich ja direkt... Die Papierfabrik findet sich am Wasser, wo es ja auch hingehört. Papierfabrik braucht ganz viel Wasser. Also ist das richtig. Und der Wald ist gar nicht weit weg. Das heißt, wir können hier eine Brücke schlagen und das Ganze dann da hinbringen, oder? Würde ich jetzt mal so vorschlagen. So, das würde bedeuten, wir bauen einen Weg dahin. Ich würde jetzt hier die Brücke schlagen. Jetzt ist nur die Frage, ob wir eine Straße machen. Holz wird prinzipiell mit LKWs transportiert, oder? Aus dem Wald raus. Vielleicht wird es dann umgeschichtet, aber... Ich würde jetzt mal bei der Entfernung sagen... Ist das erstmal okay, wenn wir das da hinfahren, glaube ich. Das heißt, wir machen da eine Straße hin. Mit 100 kmh. Das bedeutet, wir müssen erstmal gucken, dass wir hier... Frachthof machen. Der den da beeinflusst. Ich würde jetzt mal den da einsetzen. Ah ja, Straße fehlt. Boah, erstmal die Straße. Gut, dann machen wir die Straße mal so da hin. Okay, und dann den Frachthof da hin. Zack, passt. Alles ist drin. So, und dann die Straße weiter bauen. Ja, hier würde ich eine... Wo müssen wir da hin? Da müssen wir hin, okay. Hier würde ich jetzt so eine Dingens bauen wollen. Eine Brücke. Da muss eine Brücke rüber. Oder ein Tunnel. Nee, eine Brücke. Stahlbogen-Straßenbrücke. Muss das sein? Äh. Ich glaube, die Stahlbogen-Straße reicht hier. Oder so? So. Passt schon, oder? So, wieder die 100er Straße da dran. Passt. Passt. Und die 100er Straße nach... Da würde ich sagen, oder? Passt. Dann nach da. Passt. Nach da. Passt. Und da spannen wir jetzt eine Straßenbrücke rüber. Und da würde ich jetzt sagen, machen wir die, weil die schicker aussieht. Äh. Haben wir da ein Feld zu viel gemacht, ne? So. Naja. Jetzt haben wir... Das weg. Dann machen wir die Brücke. Geht die da nicht rüber? Kriege ich jetzt nicht hin? Auf einen freien Hang beginnen und... Ach, guck mal an. Das bedeutet, die ist knapp daneben, ist auch vorbei. Landwerkzeug. Und wir brauchen diese Schräge. Und... Ich glaube, wir müssen da hin, ne? Passt dann schon. Und dann noch das. Da hin. Und dann... Die Brücke. Die dann da so hingeht. Äh. Genau. Das war jetzt falsch. Und... Ne, geht nicht. Ich wollte gerade Z machen und rückwärts machen, aber das war es nicht. Geht da so? Ja. Ich möchte ja diese Brücke haben, die dann da anfängt und da aufhört. So sieht es doch schick aus. Das war mein Ziel. Okay, und dann geht die Straße weiter bis da oben. Ja, ist so, passt so. Und da müssen wir wiederum schauen, dass wir dann da ein Depot haben. einen Frachthof, der das abdeckt, macht es. So, und dann brauchen wir natürlich hier noch ein LKW-Depot. Das machen wir hier unten hin. Ja, wobei brauchen wir natürlich noch so eine kleine Straße. Zack. Das Depot da hin und dann geht's los. Okay, das bedeutet, wir brauchen eine neue Linie. Neue Linie von da nach da. Ja, und den ersten, das ist Sonnehausen. Gucken wir mal gerade. Tatsächlich. Der erste muss 100% Ladung haben, ne? Hm, passt. Wieder die falsche Seite. Und dann ist das gut. Jetzt habe ich da noch was hinzuschreiben. Holz, Wald, Papier, Fahrt, Dreck. Passt. Dann wissen wir, wo das ist. Kurz gucken, ja. Das können wir schließen. Und dann müssen wir jetzt hier nur Holz auswählen. Da ist es. Und das ist dieser schicke LKW. Und der hat auch einen Anhänger. Ich glaube, der sieht schicker dazu aus. Der ist wahrscheinlich größer, aber ich mache den. Oder? Gucken wir mal, wie der aussieht. Ne. Ich glaube, so ist schon richtig. Und das Ganze machen wir dann nach Sonnehausen auf die Holzlinie. Holz, Wald, Papier, Fabrik. Ich glaube, dann haben wir fünf, ne? Ja, vielleicht waren es auch noch vier. Reicht aber. Und dann sollten die das Papier da hinbringen. Äh, das Holz. Was dann zu Papier wird. Gut, dann haben wir diesen Schritt schon mal erledigt. Und der nächste Schritt ist dann, das Papier muss ja auch... Ne, das Holz muss ja auch oben... Wo war das? Ah, das sagt uns der Wald. Ne. Lupe ist an, ne? Oder? Ja, ich glaube schon. Der Wald sagt uns, dass wir das noch zum Sägewerk liefern müssen. Das ist hier oben. So, da müssen wir dann überlegen... Wie wir das da am coolsten hinkriegen. Ich denke mal, hier über diesen Bahnhof kann man das Holz transportieren. Das heißt, wir machen hier einen Umschlagplatz für einen Lkw, der das Holz dann da hinbringt und das Papier zurück. Könnte ich mir vorstellen, dass das Sinn macht. Und dann muss man noch überlegen, wie kommt es da hin? Ja, hier über Redenau, den Hafen, können wir dann anfahren, oder? Hier ist ja der Hafen Redenau und dann fahren die das von da rum. Hier so wird das rumgefahren nach da oben. Hier kommt noch ein Hafen hin. Ja, das haben wir dann erstmal, denke ich mal. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und ja, Kommentare, wie immer, herzlich willkommen. Schreibt was rein, ob ich das alles so richtig mache oder ob ihr eine andere Idee habt. Und ja, teilt das Video auf allen Foren und so weiter, wo ihr weit da mit, andere mitkriegen, wie schön Simo Trans ist. Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüss.